Jetzt sind Kara und Alice tot. Wie konnten sie nur... Sie hätten sie retten können. Denken Sie daran, das Schicksal dieser Androiden liegt in ihren Händen. Weil wir hier noch nichts übersehen haben. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ein Supermarkt in Detroit wurde in der vergangenen Nacht überfallen. Eine junge Frau in Begleitung eines kleinen Mädchens bedrohte den Kassierer mit einer... Was? Das könnte auch hilfreich sein. Ich meine, wir werden ja in dieser riesigen Wälder einiges übersehen. Aber... Das müssen wir erstmal hier rausfinden. Finde Alice. Warte, Alice ist nicht unten. Ich hätte jetzt mal unten geguckt. Da ist offensichtlich nichts mehr. Er hat zu Lufer gesagt, er soll sie holen. Das heißt... Und wer steht hier schon vor der richtigen Tür? Und er ist im Keller. Hier ist nichts. Hier können wir uns eine Knarre nehmen. Sie ist nicht geladen. Natürlich nicht. Im Badezimmer waren wir da schon. Ach Gott, wo sind wir jetzt hier? Zehn Minuten noch. Die waren wir schon zehnmal drinnen. Ah, Badezimmer, das ist der Androide drinnen. Da waren wir auch schon. Im Lagerraum waren wir schon mehrfach. Da waren wir auch schon. Das heißt, es muss unten sein. Geh mal in den Keller runter. Der hat sich doch bestimmt irgendwo eingesperrt. Das sieht jetzt hier aus. Das habt ihr ja alles gesehen. Das habt ihr ja alles gesehen. Das ist ja alles gesehen. Bestimmte Brunnen-Schacht hier. Keine weitere Referenz. Das ist das schweigende Lämmer. Dann muss er im Erdgeschoss irgendwo sein. Im Schrank. Was können wir hier machen? Das ist ihre Jacke. Hier ist eine Tür. Ich hoffe, da gibt es was, weil wir nicht mehr zu viel Zeit haben. Jetzt müsste ich im Keller nochmal gucken. Er ist noch drin. Gut, ich werde vom Keller nochmal nachschauen. Irgendwelche Hinweise hier, die mich zu alles führen. Ich würde jetzt nicht verlieren, weil ich ein schlechter Sucher bin. Oben war ich doch in jedem Raum. Sogar zweimal. Ach verdammt Mann. Hier ist nur er hier. Müsste, dass sie nicht hier eingesperrt haben. Vier Minuten verblieben. Hier kenne ich gar nichts drin. Hier waren wir auch schon. Wenn sie hier drin wären, dann wären sie doch schon rausgekommen, oder nicht? Können sie uns nicht helfen irgendwie? Oder? Oder? Verdammt mich. Wir haben keine Zeit. Vier Minuten sind sehr knapp. Wir werden so einen von denen. Hier nochmal sorgfältig umschauen. In der Wichtigen weise. Verdammt. So, wir gucken noch mal oben. Ich hätte darauf gewettet, dass die hier unten ist. Dann müssen wir oben noch mal gucken. Hier gibt es noch eine Tür, die ich nicht gefunden habe. Mach langsam, Kerber. Passt alle Zeit. Schleich ruhig, ganz ruhig hier durch. Wozu die Eile? Okay, nochmal systematisch durch die Räume durch. Wir haben eigentlich nicht mehr die Zeit, um alle Räume noch mal zu sehen, aber... Da kamen wir rein. Da kamen wir rein. Das ist die Werkstatt. Hier ist nichts. Da müsste es wieder in Florus gehen, auf der linken Seite. Dann gehen wir hier lang. Da war der Android in der Wadewanne. Wenn mich nicht alles täuscht. Ach du Scheiße! Ich habe gleich demontieren sollen. Korrigieren wir den Fehler. Hier ist die kleine Schlagko. Ja, es war ganz. Mal sehen, was ich mit dir machen kann. Kara! Na los! Kara! Ach du Scheiße! Ähm, Ende? Nicht gefunden, alle tot. Nicht gefunden, alle tot. Ja. Ja, ich muss ja noch einmal in die Räume haben. Ach, muss ich mit dir das.... Ich bin mit der Ahnung, als ich… Ich bin mit dem Geist betroffen. Ja, quand ich bin mit der Ahnung. Ich bin mit meiner Reise, ich bin mit dem Angst. Ja, du kannst dich mit meinem Schall ausgehen, zu tun, nicht unbedingt. Ich bin mit dem Geist. Oh, 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 oh. so Da haben wir sie doch. Alice? Cara? Cara, du erinnerst dich? Wie könnte ich dich vergessen? Es tut mir so leid. Du hattest recht, wir hätten nie herkommen sollen. Wir müssen weg. Du musst mir folgen und ganz leise sein, okay? Jetzt wird's spannend. Ein Weg nach draußen. Und da steht noch Luft auf dem Weg. Das könnte schwierig werden. Oh scheiße. Hier rein. Versteck dich. Die Kleine ist weg. Verdammt. Sie kann ja nicht verschwunden sein. Sie muss hier irgendwo sein. Woran wartest du noch? Such sie. So viel werden die nicht gefunden. Ich kann ihn auch scannen und kann es sofort finden. Was? Scheiße, Mann. Geh weg, geh weg, geh weg. Ist er raus? Er ist raus. Wir müssen hier raus, bevor sie uns finden. Wir haben nicht viel Zeit. Wieso das klappen? Zum Schlafzimmer. Scheiße, wo sind sie? Lothar, finde sie, verdammt nochmal! Wir werden nicht gefunden. Da bist du! Ah! Scheiße, Mann! Jetzt rennen! Jetzt, mit dem Event, lässt du das! Tiefer stecken! Ach, scheiße! Entkommen! Das Badezimmer ist ein schlechter Ort dafür! Ich hoffe nicht! Jetzt müssen alle Quick-Time-Events klappen! Oh, scheiße, Mann! 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 Esbär, sehr schön, ich soll den verhengelassen haben. Sie sind der Grusel! Sie kommen weg hier. Raus hier. Ich bin konzentriert. Vor der Tür öffnen. Verdammt. Ab zur Hintertür. Verdammt. Das soll es doch nicht schon gewesen sein. Wegen einer verfehlten Brücke. Lauf, Alice. Nein, ich bleib bei dir. Lauf, so schnell du kannst. Äh, was? Wegen einem Quick-Dame-Mimit. Vergabt haben. Lass mich verarschen spielen. Was machst du denn? Geh mir aus dem Weg. Nein. Nicht diesmal. Geh mir aus dem Weg oder ich schieße durch dich durch. Wie kannst du es warten? Seine Experimente kommen in Ruhe. Was wollt ihr hier? Wer hat euch rausgelassen? Lasst mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe! Gehorcht mir! Ich bin euer Meister! Ich bin euer Meister! Jetzt nicht mehr. Ich wollte dir nichts tun. Er hat mich auf Gehorsam programmiert. Das weiß ich. Als ich sah wie die Kleine ihr Leben für dich riskiert, war es, als öffnete ich meine Augen zum ersten Mal. Endlich konnte ich sehen. Ich weiß, du vertraust mir nach all dem Sicher nicht mehr. Aber ich kenne jemanden, der euch über die Grenze bringt. Ich könnte euch hinbringen. Ich könnte euch beschützen. Großartig. Dich und die Kleine. Okay. Ich vertraue dir. Aber kann man doch noch gerettet. Mit Emmys. Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Flucht aus dem Haus. Okay. Dann haben wir diesmal hier nicht so gut verpackt. Sprecher wieder hergestellt. Ich muss nach Alice suchen. Ich muss nach Alice suchen. Kriminalische Untersuchung. Werden sie prüfen, Alice gefunden. Lufa geht um Alice zu holen. Großen Raum betreten. Unter dem Tisch verstecken. Schlafzimmer betreten. Die da ist noch andere Sachen, wo wir uns verstecken hätten können. Im Schrank verstecken. Und andere Zimmer wahrscheinlich betreten können. Entdeckt werden. Nicht auch unentdeckt entdeckt entkommen können. Kehr hat zu beginnen. Bell greift Stratko an. Beschützt Kehr. Das war ein gutes bei denen nicht. Dass wir die noch befreit haben. Jetzt sind noch zwei Wege entgegeben. Gestoppt worden oder so. Und so entkommen. Kehr erreicht die Treppen. Kehr und Alice fliehen in den Hof. Stratko holt auf. Die Monster greift Stratko an. Auch das mit den Monstern. Das wäre nur möglich gewesen, wenn man die unten im Keller befreit hat. Das ist ganz wichtig. Da unten den Eisbär und die Androiden zu befreien. Lufa stößt zu Kehrer und Alice. Das ist doch das bessere Ending. Als dies hier. Beide tot. 6. November 2038. Ok. Finden Amanda. Müssen wir mit Amanda reden. Und Connor. Wir haben einen Regenschirm mit dabei. Es regnet und wir spannen den nicht auf. Hallo Amanda. Connor. Ich habe dich erwartet. Gehen wir ein kleines Stück? Ist auch bezeichnend für den. Genau. Oh. Nein. 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 Ich habe ihn gewonnen. Aber es ist verschlüsselt. Die Dechiffrierung kann Wochen dauern. Was noch? Er war von Vögeln fasziniert. Abweichler können Interesse an Lebensform zeigen wie Insekten und Haustiere. Aber nicht in dieser Form. Du warst kurz davor, den Abweichler festzunehmen. Zu schade, dass er sich selbst zerstört. Ich wusste bereits, dass Abweichler sich bei extremem Stress selbst zerstören. Aber sein Sprung vom Dach kam unerwartet. Ich hätte das voraussehen müssen. Wie entwickelt sich deine Beziehung zu diesem Lieutenant? Sie verbessert sich. Ich habe mehr Verständnis für ihn und er gewöhnt sich an meine Anwesenheit. Uns bleibt nicht viel Zeit. Die Abweichung breitet sich weiter aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Medien davon Wind bekommen. Wir müssen das beenden. Um jeden Preis. Ich bringe diese Untersuchung zu Ende, Amanda. Ich werde sie nicht enttäuschen. Es gibt einen neuen Fall. Geh zu Endeson und untersuche ihn. Ist Amanda nur in Connors Kopf oder ist das wirklich ein Ort, wo er hingeht? Ist das nur dieser Moment, wo er Bericht sendet? Oder ist das tatsächlich? Ich suche nach dem Lieutenant Anderson. Im Auto sitzt er nicht mehr. Ich kann mal nicht durchgucken. Ich kann mal nicht durchgucken. Nicht, also. ist das seine wohnung oder was jemand zu hause ja so kommen wir nicht rein durch die garage ok durch den Tumpf rein dann wäre ein weg hier können wir durch die Fenster gucken ah heng ist ohmächtig muss das sein ist noch durch die Hintertür ruhig Sumo ich bin dein Freund ich weiß deinen Namen ich will deinen Besitzer retten ein guter Wachhund ein guter Wachhund ein guter Wachhund jetzt offensichtlich besoffen black lamp scottischer whisky eine Kugel übrig spüren von Alkohol scottischer whisky leichter Arozmi kein Anzeichen des Traumas er pennt einfach nur lieutenant aufwachen lieutenant ich bin es Conner ich werde sie zu ihrem eigenen wohl auslöchtern ich muss sie warm ich muss mich los doch nicht angenommen verpiss dich aus meinem Haus tut mir leid lieutenant aber ich brauche sie danke im voraus für ihre Kooperation hey verpiss dich gefällig von ihr er hat stock besoffen ins Badezimmer mit mir wo ist das Badezimmer wo ist das Badezimmer Fassi ich glaube ich muss kotzen der Hund macht offensichtlich den Wachhund das ist ein guter Wachhund na lass mich in Ruhe du Arschloch ich geh nirgendwo hin rein hier in die Wanner was sollst du ich fühl dich warm zack tut mir leid lieutenant es ist zu ihrem Besten und einmal duschen jetzt ist er wieder wach jetzt ist er wieder wach vor 43 minuten wurde ein Mord gemeldet sie waren nicht in jimmys bar also bin ich hierher gekommen scheiße ich bin bestimmt der einzige gekoppte Welt der im eigenen Haus vom eigenen scheiß Androiden angegriffen wird kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen mit dem die 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 sind die 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 Untertitelung des ZDF, 2020